Hallo! Hallo! Willkommen zurück bei einer weiteren Nachmittagsjause mit Ankat! Das war ein schnelles Intro heute. Ja, echt so gar keine Zeit gelassen, so direkt ausgelegt. Kein Wie geht's dir? Gar nichts, kein Smalltalk. Nee, wir legen direkt los, weil wir haben dich in der letzten Folge schon angeteasert. Was das heutige Thema sein wird? Echt? Ja. Und wir haben es nicht vergessen. Ja, diesmal haben wir dran gedacht. Und zwar reden wir heute über das Thema Nachbarn. Und eigentlich habe ich mir eine Liste gemacht, aber mein Handy ist jetzt da vorne. Echt? Ach krass. Aber egal, scheiß drauf. Wow, das ist ja sogar, das ist ja richtig beperren. Ich musste meine Liste auf, also ich musste nochmal alles Revue passieren lassen, was eigentlich so passiert ist. Damit ist es alles, aber ich habe das alles noch im Kopf. Ja. Aber bevor wir weitermachen, bevor wir anfangen, weitermachen, anfangen, keine Ahnung, wollte ich hier erstmal einen Appell an unsere Community, an unsere Podcast-Community da draußen machen. Und zwar, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann aktiviert die Glocke. Aktiviert gerne die Glocke. Folgt unserem Podcast. Folgt unserem Podcast, supportet uns. Wir brauchen das Geld nicht. Wir kriegen noch kein Geld. Nee, wir verdienen nicht kein Geld damit. Nee, wir verdienen kein Geld damit, wirklich. Wir machen das einfach nur aus Just for Fun. Aber vielleicht verdienen wir in Zukunft damit Geld. You never know. Aber wir finden es schön, wenn dieser Podcast ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass wir vielleicht weiter… Unter den Top Ten komme ich vor. Wir wollen wieder unter die Top Ten, Leute. Wir sind gerade fast nicht mehr unter den Top 200. Ja. Also wir fliegen bald raus aus der Liste. Ja, wir brauchen die Aufmerksamkeit. Das ist auch geil. Aber vielleicht, dass auch Leute zuhören, die uns als Uncut nicht kennen. Die uns… Ja, finden die uns dann witzig? Ich wollte gerade sagen, finden die unseren Podcast dann überhaupt interessant, wenn die uns nicht kennen? Weil ich mir denke, ich bin… Also wir erzählen hier so random Sachen manchmal, wo ich mir denke, ich muss erstmal komplett meinen Lebenslauf eigentlich erzählen, damit der checkt, worum es geht. Ja, ich frage mich auch so Leute, die uns nicht kennen, wie… Was denken die wohl von uns? Die denken sich einfach nur so… Opfer. Was sind das für zwei Dumme, die da über Füße reden in der letzten Folge. Ja. Und ich wollte auch jetzt noch eine Korrektur machen, bevor ich das vergesse. Ich habe in dem letzten Podcast nämlich gesagt, aus einer Quelle, wo ich mir auch nicht sicher war, aber jetzt weiß ich, die Quelle, die ich hatte, die war falsch, also der muss ich das auch noch sagen. Was? Ähm, mir haben nämlich ganz viele geschrieben, die Deutschen sind nicht unglücklich. Die Deutschen gehören anscheinend zu den Top… also unter den Top 20 sind die der glücklichsten Länder. Oh, echt? Ja. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also, meine Quelle ist jetzt auch nur die Nachricht, die DM von der Zuhörerin, also ich weiß es nicht. Ähm, ich habe aber auch keine Zeit damit verbracht, das selber zu recherchieren. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ich bin einfach… Leichtgläubig. Ja, genau. Ich bin leichtgläubig und naiv. Ich glaube einfach, das, was man mir erzählt. Ohne Selbstrecherche. Ja. So dumm eigentlich. Ähm, zur Zeit… zur Zeit tränen meine Augen irgendwie. Ja, letztes Mal hatten die auch schon gezuckt. Ich glaube, du hast irgendwie… irgendwas fehlt bei dir im Körper. Also, entweder ein Mangel oder irgendeine Allergie, aber das kann nicht sein. Es ist gerade Pollenzeit, ich weiß. Ja, ich glaube… Aber ich glaube nicht, dass ich eine Pollenallergie habe. Könnte sein. Vielleicht eine leichte. Vielleicht ist hier eine neue Polle unterwegs. Ich frage mich auch, das ist jetzt richtig random, aber ist Pollenallergie und Heuschnupfen das Gleiche? Ja. Schlaue Frage, oder? Sehr schlau, weil, wenn man Heuschnupfen hat, ne, also hat man… also ist man da einfach nur gegen Heu? Nein! Nein, eben nicht. Sehr geschaut. Gegen Heu und Stroh? Nein. Heuschnupfen, da hat man auch… also das ist eigentlich wie Pollenallergie, aber ich frage mich, unterscheidet man zwischen bestimmten Pollenarten? Ab wann ist es Heuschnupfen, ab wann ist es Pollenallergie oder ist es das Gleiche? Es ist das Gleiche, glaube ich. Und alle, die jetzt zuhören und eine Allergie haben, denken sich so, dumm, Alter. Ey, also ich habe bisher, ich noch keine Allergie, deswegen, ich hoffe, das bleibt so, ne? Echt? Ja. Ich habe noch keine Allergie. Also Pickel im Gesicht, sie lieb mal zu Allergie. Vielleicht, ich habe Akne. Bin allergisch gegen Blicke von anderen. Ey, das war bei dir mal. Anna hat immer einen Gerstenkorn bekommen. Wir hatten das schon mal. Wir hatten das schon mal. Haben wir das schon erzählt? Ja. In einem Podcast auf jeden Fall. Ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, falls wir es erzählt haben. Aber Anna hat immer einen Gerstenkorn bekommen, wenn sie irgendwas Sexuelles gesehen hat. So Leute, die Sex haben. Das ist immer so ein Schwachsinn. Also, falls Anna das nächste Mal wieder einen Gerstenkorn hat, dann wisst ihr Bescheid. Hat den Porno geguckt. Nein. Also, das ist ein Aberglaube und das stimmt nicht. Das ist einfach nur ein Philippinen-Aberglaube. Nee, das sagt man doch auf den Philippinen. Nein. Natürlich. Du hast immer, wenn wir irgendwie was geguckt haben. Also, das reicht auch schon, wenn Leute hier. Ich wissen. Also, im deutschen Fernsehen ist es ja eigentlich auch so, dass es fast ein halber Porno ist. Was ist das? Doch. Und da hast du immer einen Gerstenkorn bekommen. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Doch. Nein, das stimmt nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Immer zweimal mehr Videos. So ein, weißt du, du tust so irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. Es ist so Anna. Nein, das stimmt nicht. Okay. Das haben alle immer einfach nur gesagt, um mich zu ärgern. Also, das stimmt, Leute. Nein, das stimmt nicht. Und jetzt dreht mein Auge. Habe ich jetzt jemanden? Wenn du lügst, dann dreht dein Auge. Also, sagst du die Unwahrheit. Okay. Also, wir wechseln das Thema. Du warst eigentlich auf dem Kreuzfahrtschiff. Ah, ja, genau. Du Umweltsünder. Ey, das haben mir so viele geschrieben. Echt? Also, nee. Es hat mir niemand geschrieben. Also, es war kein Umweltaktivist in meinen DMs unterwegs. Aber es gab die Leute, die jetzt denken, dass Umweltaktivisten mir schreiben. Und immer dieses. Und es ist immer die gleiche Nachricht. Drei, zwei, eins. Alle Umweltaktivisten schreiben die jetzt. Oder auch so, keine Ahnung, jetzt auf Bezug auf hier Kinder. Wenn ich zum Beispiel Lori Schokolade gebe, kriege ich so viele Nachrichten. Drei, zwei, eins, die Helikopter-Miltees schreiben. Die schreiben immer das Gleiche. Das ist irgendwie krass. Ja. Die denken, die kennen deine Community, aber sie kennen sie nicht. Ja, aber was mich auch echt verwundert hat. Also, es gab keiner, der mir geschrieben hat. Zum Glück. Ja. Aber ich weiß auch, man macht es ja auch nicht öfter. Ja, das ist deine allererste Kreuzfahrt. Das war meine allererste Kreuzfahrt. Und ich weiß nicht, ob ich danach andere Kreuzfahrten machen kann, weil es war schon geil. Weil es war nicht nur eine normale Kreuzfahrt, es war eine Disney-Kreuzfahrt. Ja. Und ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass Disney seit 25 Jahren Kreuzfahrten macht. Ich wusste das einfach nicht. Ja. Das war cool. Ähm, es, also voll viele haben mir geschrieben. Also, es war ja, ich bin ja da zusammen mit Disney hingegangen. Also, war das gesponsert. Also, ich durfte dorthin für, ohne Geld zu bezahlen. Was echt geil war. Aber, ähm, aber, ähm, ich glaube, ich selber wäre nie auf die Idee gekommen, eine Kreuzfahrt zu buchen. Und auch keine Disney-Kreuzfahrt. Ich hätte einfach nur gedacht, okay, cool. Aber, ja, hätte, ich hätte es jetzt nicht unbedingt, also, ich hätte jetzt gedacht, ich, das müsste man nicht jetzt unbedingt sehen müssen. Aber, aber, es war schon geil. Also, es war die geilsten sieben Tage meines Lebens. Weil, weil, so, die Kindheitscut, also, das Kind in mir kam einfach raus. Und ich war so glücklich die ganze Zeit. Also, ich habe mich auch mit Eliana mitgefreut, dass sie Micky gesehen hat, Donald, Goofy. Und ich war die ganze Zeit so, mein Gott, voll geil. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, so, die haben da den ganzen Tag verbracht, irgendwie Bilder zu machen. Ey, die armen Leute hier ja in diesem Kostüm. Ich schwöre. Und, ähm, die müssen das den ganzen Tag machen. Und das, und das ist ja, also, vor allem für euch sind es nur sieben Tage. Aber die machen das ja monatelang. Monatelang? Die sind gar die gleiche Show. Genau. Sechs Monate lang sind die nämlich auf Cruise, also auf Kreuzfahrt. Und, ähm. Danke für die Übersetzung. Ja. Ähm, und diese Maskottchen sind ja eigentlich noch, also, die haben noch ein chilliges Leben. Weil die müssen einfach nur so, äh, hier so tanzen und so. Aber was hinter der Maske, sag ich mal, ist, ist ja egal. Die könnten ja einfach nur so ein, die müssen ja nicht lächeln so auf dem Bild. Ja. Weil die Maske an sich lächelt. Aber macht man wahrscheinlich, äh, automatisch. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, aber die Disney-Prinzessinnen, alter, die waren krass. Die ganze Zeit mussten die lächeln. Die mussten die ganze Zeit, ich fand's auch krass, wie die alle nicht aus ihrer Rolle, ähm, gekommen sind. Also, wie nennt man das? Wenn, dass sie nicht aus ihrer Rolle rausgekommen sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Also. Also, die waren halt voll in ihrer Rolle. Voll. Also, und jede Prinzessin war auch unterschiedlich. Also, Belle war genau so, wie man sie halt erwartet. Oder Cinderella war zum Beispiel, Cinderella war, fand ich so, ähm, ja, so atret und eigentlich voll langweilig. Rapunzel war so kürli und, ähm, hat so Späße gemacht und hat sich immer so gedreht und hat die Leute immer so gedreht. Jasmin war auch so voll locker. Und, äh, Belle war immer so voll höflich. Also, ich fand's auch voll interessant. Die waren immer die ganze Zeit gleich. Mhm. Und einmal, was ich auch interessant fand, äh, als wir einen Städtetrip gemacht haben und dann wieder zurückgekommen sind, gab's zwei Linien. Einmal für Mitarbeiter und einmal für die, äh, Gäste. Und, äh, genau in dieser Linie waren dann die Prinzessinnen in ihrem normalen Outfit halt. Also, nicht als, äh, Verkleidung. Und dann dachte ich so, krass, so sind die also. Und Belle war, war zum Beispiel, sah voll, äh, unfreundlich aus. Und so mit Kostüm, also ich so voll, voll freundlich. Ganz anderer Mensch. Ja, letztendlich ist halt ihr Job. Ja. Schon krass. Ja, und, äh, was ich auch interessant finde, das hab ich irgendwo mal gelesen. Ja, jetzt kommt's wieder mit meinen Quellen, aber ich glaube, das ist so. Ähm, du, man muss ja eine bestimmte, bestimmte Ausbildung machen, dass du einen bestimmten Charakter, ähm, spielen kannst. Und es sind auch immer meistens die gleichen Leute. Also, zum Beispiel, Mickey ist halt Mickey. Und wenn Goofy mal ausfällt, kann nicht der einfach der Typ im Mickey-Kostüm in ein Goofy-Kostüm. Weil, das ist ja eine andere Rolle. Der macht andere Bewegungen, andere Tänze. Okay, weird. Ja. Und bei den Prinzessinnen war das auch so. Es waren immer die gleichen. Also, wirklich auch, also, es gab nie mal, weil, das hab ich mich auch gefragt. Aber die müssen doch, die müssen doch eine Zweitbesetzung haben. Ja, das hab ich mich auch gefragt. Wenn, wenn die eine mal krank wird oder, keine Ahnung, wer springt ein? Aber ich glaube, dann springt einfach keiner an. Dann springt einfach eine andere Prinzessin ein. Weißt du? Mhm. Ja. Aber es waren immer die gleichen. Es war nie irgendwie anders. Krass. Ja. Ansonsten, boah, ich hab so viel, als ich schon angekommen bin, ähm, von der Kreuzfahrt, ich hab schon so viel erzählt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt noch erzählen soll. Aber, äh, voll viele haben mir geschrieben, ja, voll teuer, die Kreuzfahrt. Aber ich find generell, Kreuzfahrten sind nicht so günstig. Außer du bist, oder du buchst halt früh, oder zum Sale. Genau. Es gibt ja manchmal so Promoaktionen. Ich glaube, die machen auch so Promoaktionen. Oder wenn du halt schon mal auf einer Kreuzfahrt warst, dann, äh, wenn du quasi direkt, ähm, auf der Kreuzfahrt die nächste buchst, dann kriegst du auch nochmal irgendwie vergünstigt. Aber, ähm, also, ich find, aber. Ich find halt, ich find, das sieht halt immer so viel aus. Weil, ähm, man darf nicht vergessen, du hast halt Onboard All Inclusive. Ja, genau. Meistens, also du hast ja Essen und alles dabei. Das kann man ja schon mal wegrechnen. Das Zimmer ist dabei. Teilweise Getränkepaket hat man ja auch. Flüge sind meistens schon dabei. Flüge, ja, aber ich glaub, das ist, es gibt halt das und das Paket. Aber, ähm, ja, oft sind auch Flüge dabei und dann hören sich halt so 2500 Euro halt krass an. Genau, aber ich glaube, ähm, das ist so, also 2500 Euro und da ist wirklich von Shuttle zum Flughafen, also vom Flughafen zum Boot, zum Schiff, ähm, also da ist ja alles abgedeckt. Also, als wir ausgestiegen sind, äh, auch vom Schiff, um eine Städtetour zu machen, da gab's Shuttles mit dem, ähm, Namen drauf, Disney Dream, äh, da wusste man immer, wo man hin musste. Es war voll, es war echt top organisiert und es gab halt freie Getränke, ähm, es gab zwar ein paar Sachen, die, ähm, nicht im All Inclusive enthalten sind, aber, was weiß ich, die waren so unnötig. Also, wie zum Beispiel ... Alkohol. Ja, nee, aber die waren, glaube ich, teilweise, ähm, teilweise, glaube ich, waren die im All Inclusive, aber ich weiß es gar nicht. Das ist eh, also, das ist, glaube ich, eh von, ähm, jeder hat jeden, was man halt bucht. Ja. Ob Getränke und Alkoholpaket oder, oder ob man so ein VIP-Ding bucht, gibt's ja auch, wo du auch nur an bestimmte Decks darfst und so. Ja. Aber ich finde, also, als ich meine allererste Kreuzfahrt gemacht habe, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand's am Anfang schon creepy, irgendwie da auf einem, auf einem Meer da zu cruisen. Boah, nee, also, also, ich hatte gar keine Angst. Echt, ich hab immer gedacht, okay, wenn, was ist, wenn sie jetzt kentert, aber, klar, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr gering, aber trotzdem ist es mal so, also, hab ich so gedacht, boah, ist, man, also, diese zehn Rettungsboote, die da sind, ja, da kriegst du doch niemals diese 3000 Leute da drauf, vor allem mit den Mitarbeitern und alles. Ich glaube, ich glaube, aber es ist mehrabhängig, weil ich glaube, dadurch, dass wir im Mittelmeer unterwegs waren, hab ich mich so safe gefühlt, weil, ganz ehrlich, also, Land ist meistens nie weit weg im Mittelmeer. Ja, ja, das stimmt. Aber du warst im Pazifischen Ozean unterwegs. Atlantik. Ah, du warst Atlantik unterwegs? Ich dachte, ah, Karibik. Hey, Karibik ist doch Atlantik, oder nicht? Nee, es gibt, nee, weil Karibik ist... Es gibt Atlantik, Karibischer Ozean und Atlantik, ich glaub, Atlantik. Weil Atlantik ist immer kaltes Meer. Ist immer kalt. Und dann gibt's karibisches Meer, glaub ich, und es ist warm. Hey, es gibt doch sieben Ozeane. Was haben wir doch jetzt hier bei Ariel gelernt? So, jetzt zieh mal an. Nee, also, Atlantischer Ozean. Pazifischer Ozean. Warum haben wir immer so ein? Indischer Ozean. Mittelmeer. Karibisches, doch, es gibt Karibisch... Nee, Karibisches Ozean gibt's nicht. Nee. Nee, Karibisches Meer gibt's aber. Ja, aber ich meine aber Ozeane. Also, warte kurz, noch mal von vorne, noch mal. Pazifischer Ozean, so, ist der größte. Atlantik. Indisch. Das war's dann auch schon, ne? Hä? Warte mal. Ich bin selber verwirrt. Gibt's wirklich so viele Ozeane? Das muss ich jetzt googeln. Warte mal, sieben Weltmeere, nicht Ozean. Haben die gesagt, sieben Weltmeere. Ja, aber das meinen die doch damit. Hä, Weltmeere? Warte mal, wir sind gerade richtig dumm. Warte mal kurz. Wir müssen das googeln. Alter, wir sind... Okay. Ach, scheiße. Es gibt Nord, Süd und keine Ahnung was. Ach so. Toll. Okay, also dann waren wir doch richtig. Also, ja. Ja. Ich zähl jetzt Nord, Süd und so nicht mit. Also, Pazifisch, Atlantisch, Indisch und dann Eismeer, ganz ehrlich, auch unnötig. Wen juckt das Eismeer? Da steht nicht Ozean dran. Das Eismeer. Ja, aber warte mal ganz kurz. Ja, und warum ist aber... Ja, und du warst da bei Atlantik unterwegs. Okay. Es gibt kein karibisches Meer. Nein. Ja. Kein karibischer Ozean. In der Richtung. Egal. Arktischer, genau. Arktischer Ozean, Atlantischer Ozean, Indischer Ozean, Antarktischer Ozean und Pazifischer Ozean sind fünf Weltmeere. Äh, fünf Meere. Arielle hat uns angelogen. Egal. Scheiß drauf. Egal. Es gibt immer fünf Ozeane. Weltmeere gibt es sieben anscheinend. Keine Ahnung. Geografie. Pipapo. Aber wir waren gar nicht so schlecht. Ja. Wir waren nicht so schlecht. Ja. Ariel, kurz zu Ariel. Der neue Kinofilm Ariel ist rausgekommen. Vielleicht haben es die einen oder anderen gesehen. Wie fandest du es eigentlich? Wir haben gar nicht so richtig drüber geredet, ne? Haben wir nicht drüber geredet? Also ich fand es richtig, richtig schön. Echt? Ich fand es richtig, richtig schlecht. Echt? Ja. Warum fandest du es schlecht? Weil es war, ähm, also ich hab, ich hab, also eine ganz andere Erwartung gehabt. Ich dachte, es wäre sehr emotional. Ich fand es gar nicht so emotional. Doch. Ich hab richtig auf den Moment gewartet, wo ich weinen musste. Mhm. Ja. Ja. Auf Englisch ist es emotional. Weil ich hab's ja zweimal jetzt angeguckt. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Auf Englisch ist es emotional. Das, der Part mit, äh, Part of this world, auf Englisch, die hat so krank geil gesungen. Also dieses, das kam richtig rüber. Diese Gefühle. Das ist, ja. Auf Englisch, ich hab wirklich, da, da hab ich geweint. Ja. Aber ich glaube, vielleicht war es auch nochmal die komplette Atmosphäre mit Disney und alles drum und dran, aber es war schon, schon schön. Also auf Englisch. Aber ich fand Deutsch auch schön, weil das Ding ist, es ist oft so, ähm, wenn Animationen verfilmt werden in, äh, richtig, in, ähm, als Real. Live-Verfilmung. Ja. Das heißt doch nicht Live-Verfilmung, oder? Natürlich. Das heißt so. Okay. Live-Action. Doch, das heißt so. Auf jeden Fall mit echten Menschen. Ähm. Wieso bin ich glaubt? Dann, ähm, ist es so, dass man, also eigentlich ist es so, du willst genau die gleiche Story sehen, nur mit echten Menschen. Sobald die was ändern in dieser Geschichte, ist es schon scheiße. Und es war bei... Ja, bei Ariel haben die aber sehr viel geändert. Nein, bei Ariel haben, sind die der, ähm, Geschichte treu geblieben. Die haben vielleicht noch... Die Besetzung haben die Besetzung haben die geändert. Hä, was haben die denn geändert an Besetzung? Da waren alle dabei? Nein, das war doch voll krass in den Medien, dass Ariel spürt. Ach so, Ariel, ja. Ja, also das fand ich nicht schlimm, das fand ich überhaupt nicht schlimm. Das fand ich auch nicht schlimm. Ich fand, das war für die Geschichte nicht relevant. Genau, und macht auch mehr Sinn, weil, ähm, ganz ehrlich, die ist im Ozean unterwegs, die muss braun sein, nicht weiß. Hä? Äh, ja, aber ich fand, nee, aber ich fand, ich hab trotzdem eine ganz andere Erwartung gehabt bei dem Film, ich weiß auch nicht. Ich hab irgendwie gedacht, das ist viel emotionaler, ich dachte, das catcht mich mehr, das hat mich nicht so gecatcht, weil ich fand, die Geschichte ging mir zu schnell, also auch ab dem, also ich fand, sie hat sich zu schnell verliebt, sie hat sich zu schnell, war sie obsessed mit Erik, sie war zu schnell, äh, genauso wie in der Animation auch. Ach, die müssen aber, ja, aber ich glaub, vielleicht, in deinem Film müsste, äh, Ariel drei Stunden gehen, es muss eine Serie sein, also, nee, aber irgendwie ging es mir zu schnell, aber das haben, ich hab dieses Feedback oder diese Kritik hab ich voll oft gehört. Dass es so schnell geht. Mhm, und dass es, ähm, nicht so emotional war. Also, ich fand's richtig schön, ähm, weil ich, es war genau die gleiche Geschichte wie in der Animation auch, nur die haben noch ein paar, noch, noch mehr Infos, äh, reingebracht, also, warum Erik so krass obsessed ist mit dem Meer und, ähm, warum die so, sich so gleich fühlen und warum die so eine starke Anziehung hatten und so, das, äh, bei Animationen war das ja gar nicht, also, hatte das diese Gefühls, auf dieser Gefühlsebene hatte das weniger Inhalt als in diesem echten, in der echten Verfilmung. Also, ich fand's schon schön. Okay, gut, nächstes Thema. Also, sogar Mama fand's richtig schön. Also, Mama, die sah, die wollte's doch, äh, weil wir mussten mitten drin abbrechen. Ich glaube, ich muss es nochmal auf Englisch angucken. Ja, auf Englisch ist es nochmal, nochmal eine ganz andere Welt. Vielleicht ist es auf Englisch anders, ja. Vielleicht kommen die Gefühle und alles anders rüber als auf Deutsch. Und, ich fand's auch voll interessant, ähm, in dem englischen Kinosaal jetzt, äh, da wurde viel mehr gelacht auch. Im Deutschen, ich weiß nicht, da… Die haben die Witze wohl nicht gut rübergebracht. Nee, im Deutschen, als wir da drin saßen, das war einfach krr, krr, krr. Ja, gut, wir waren auch gefühlt nur zehn Leute da drin. Ja, aber, ey, das fand ich auch traurig. Das war der erste Tag, wo Ariel rauskommt und nur zehn Leute sind reingegangen. Das fand ich so traurig. Früher wäre das ausverkauft gewesen. Genau, früher musste man Schlange stehen. Für ein Ticket. Ja, und jetzt ist es so, ja, natürlich. Keiner gucken, also keiner geht mehr ins Kino irgendwie gefühlt. Also, freie Platzwahl. Ja, falls nicht. Du buchst so den billigeren Platz, kannst aber auf den teureren sitzen, niemand kontrolliert. Und was ich krass finde, ich weiß nicht, ob es nur bei uns so ist, aber die Eismänner kommen nicht mehr. Ja? Schon, also schon, also schon, ich glaube, ob es wie Corona ist. Nee, aber ich glaube, das war tatsächlich so ein Pforzheim-Ding, oder? Ich glaube, das hat man gar nicht in über, also das hat man nicht in allen Kinos gemacht. Echt? Ja. Oh. Okay. Aber ja, was ist mit den Eismännern los? Wir wollen wieder bedienen. Wir wollen, dass ihr nach der Werbung, kurz bevor dem Kinofilm, nach der Ben & Jerrys Werbung, bitte, danke. Genau. Oder Magnum. Genau, kommt bitte vorbei und gibt das Eis. Ey, aber diesen Job, das habe ich auch schon gesagt, ich glaube, das ist der schlimmste Job im ganzen Kino. Ja. So Eismann zu sein, weil du gehst dann rein, also es ist schon so oft passiert, dass der Eismann reingekommen ist in diesen Kinosaal, möchte jemand ein Eis? Und keine Antwort. Und noch schlimmer, so diese Jugendlichen, die sich so cool gefühlt haben, nein, geh raus jetzt. Ja. Und ich dachte mir so, Alter, der Arme, der doch. Und dann wurden sogar die Leute, also bei uns jetzt im Kino war es voll oft so, dass sich auch Leute darüber aufgeregt haben, dass noch Leute Eis gekauft haben. Ja, weil die ihren Scheißfilm gucken machen. Ja. Ja. Aber, ähm, wenn es nur so ein Pforzheim-Ding war. Ja, und das ist jetzt eigentlich die perfekte Überleitung, ähm, zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben jetzt eine halbe Stunde über das eigentliche Thema, was wir eigentlich angeteasert haben. Und, äh, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil es gibt so viele Leute, die sich, äh, immer, über so banale, über andere Leute aufregen, wo ich mir denke, so, ist doch eigentlich scheißegal. Ja. Und. Leben und leben lassen. Genau. Das ist das. Das ist mein Motto. Leben und leben lassen. Und, äh, in unserem alten Haus, also, für die, die unsere Vlogs gucken, ihr wisst Bescheid, welches Haus. Das erste Haus, wo Leo und ich gekauft haben zusammen. Ähm. Genau, weil da war nämlich auch die Frage, warum seid ihr nach drei Jahren, drei Jahre waren es, ne? Warum seid ihr nach drei Jahren ausgezogen, nachdem ihr das ganze Haus renoviert habt und das so, so schön für euch gemacht habt? Genau, wir haben den Garten, der Garten, den haben wir zu einer Oase verwandelt. Das war so ein schöner Garten. Ja. Aber in diesem Garten war ich sehr, sehr selten, weil ich hab mich so unwohl gefühlt, weil ich die Blicke von, äh, unseren Nachbarn gespürt hab. Genau, es geht jetzt um den Nachbarschaftsstreit oder wie nennt man das? Ich muss da ganz, ganz kurz ausholen, weil in diesem, ich war oft naiv, was das angeht, weil man hat schon oft, äh, hier so Sendungen über Nachbarschaftsstreit. Es gibt eine eigene Sendung dafür. Ja, genau, das ist eigentlich schon krass. Das ist Thema in Deutschland. Nachbarschaftsstreit. Also klein, also noch so kurzer Tipp an euch. Versteht euch mit euren Nachbarn. Und seid, seid selber kein Kacknachbar. Ja, Mann. Weil es ist einfach scheiße, wenn man ein Kacknachbar ist. Ja. Oder wenn man scheiß Nachbarn hat. Ja. Und unser Glück war bisher immer, wir hatten immer so geile Nachbarn. Also in unserer allerersten Wohnung, äh, die ganzen Italiener, die waren so verständnisvoll und, äh, mit denen konnte man auch reden. Also, die waren einfach die perfekten Nachbarn. Dann in unserem zweiten Haus, wo wir dann als WG drin gelebt haben, hatten wir auch so geile Nachbarn, also die haben uns teilweise auch Essen vorbeigebracht und wir haben uns richtig gut verstanden. Und dann sind wir umgezogen. Also es war für mich, für mich nie so eine Angst, die ich hatte. Bis zu diesem Haus. Und was ich noch trauriger fand, diese Nachbarn, äh, also unsere Nachbarn damals, also unsere Ex-Nachbarn, die nenne ich jetzt so, unsere Ex-Nachbarn, die waren teilweise sogar verwandt mit Juli. Du wundert's mich. Die sind über, über Ecken irgendwie verwandt mit Julis Familie, deswegen haben wir auch oft hintenrum mitbekommen, was die eigentlich über uns denken. Und angefangen. Es gab einen Verbindungspersonen. Genau, die uns dann halt auch immer alles weitergeleitet hat. Ähm, genau. Und wo soll ich anfangen? Es hat angefangen mit, ähm, mit dem Einzug eigentlich ja schon. Mit dem Einzug schon. Also wir sind an ein Dorf gezogen, vor allem in eine Straße, wo viele alte Leute gewohnt haben. Und generell in dem Dorf haben viele alte Leute gewohnt. Und jeder kennt sich. Und jeder kennt sich. Und jeder kannte auch dieses Haus, äh, wo wir reingezogen sind. Und jeder kannte der, also alle Personen, die mal in diesem Haus gewohnt haben. Genau. Das ist wirklich so klein ist das Dorf. Ja, da haben, ja, da haben viele, also es ist so klein ist das Dorf, dass, also nachdem wir das Haus renoviert haben, Leute geklingelt haben, die mal da drin gewohnt haben, dass sie es renoviert jetzt sehen wollten. Schon krass, gell? Ja, oder einfach in Katz Garten gelaufen sind, weil die einfach gucken wollten, wie sie es renoviert haben. Genau. Also, weil sie es rumgesprochen hat, dass sie den Garten renoviert haben und deswegen sind einfach random Leute gekommen und sind einfach, das ist eigentlich Hausfriedensbruch. Ja. Die sind einfach in den Garten gelaufen, auf Katz Grundstück, also Kataneos Grundstück und haben sich dort umgeschaut, einfach so. Und man denkt sich so, äh, hallo, guten Tag. Genau, und ich dachte mir, weißt du, also die können froh sein, dass die halt bei uns gelandet sind, weil wir sind da ja voll verständnisvoll, vor allem wenn es um ältere Menschen geht, sind wir dann so, ja, klar, wie oft ich Haustouren gemacht habe, also, Leute, klingelt nicht bei mir. Echt? Ich mache euch eine kostenlose Haustour. Deswegen klingelt nicht. Nee, aber, ähm, also wie oft alte Menschen bei mir geklingelt haben und ich habe dann einfach eine Haustour gemacht, weil die es halt sehen wollten oder die gesagt haben, eine Freundin von mir hat hier dringend gewohnt und es hat sich rumgesprochen im Dorf. Ja. Auf jeden Fall, ähm, haben wir ein altes Haus gekauft und haben es dann, äh, renoviert, also es war eigentlich, äh, zur Hälfte schon kernsaniert, also wir mussten innen drin eigentlich gar nicht so viel machen. Nur so Verschwinderungssachen halt, so Böden legen und so weiter. Ja, und von außen haben wir halt eine neue Fassade gemacht und, äh, der größte Teil war eigentlich der Garten und, ähm, wir haben das alles schön gemacht, so. Und dann sind wir eingezogen und, ähm, es hat sich schon rumgesprochen, dass da halt junge Menschen, das ist halt auch noch, das ist noch mal das Ding, ne? Junge Menschen, ähm, haben sich ein Haus gekauft und renovieren das. Das ist schon eigentlich bei den alten Leuten so ein, schon ein Red Flag. Genau, bei denen ist es so, wie können sie sich das leichter? Genau, und dann treffen die sich wahrscheinlich in ihrem, ähm, Omi-Treff und dann sind wir einfach, äh, Dorfgespräch number one. Ja, und, weil, weil, was wir, was wir, was wir, was wir, was wir, was wir, was wir Wohl arbeiten, die macht irgendwas so im Internet. Oder, ähm, was, was wir auch oft gehört haben. Hast du gesehen, was für ein Auto die fahre? Genau. Da stehen immer so fette Karriere vor der Tür. Was die wohl machen? Die immer so, ich hoffe alle, die nicht, äh, die nicht schwäbisch sind, verstehen es trotzdem. Man versteht Schwäbisch, oder? Ja, man versteht Schwäbisch. Ja, okay. Also wir müssen es nicht übersetzen. Ja, und dann, äh, haben wir durch die Blume mitbekommen, dass, äh, also wir hatten quasi drei, also zu unserem Haus drei angrenzende Nachbarn. Zwei davon waren eigentlich voll korrekt, mit denen haben wir uns voll gut verstanden und mit einem Nachbar haben wir uns dann nicht gut verstanden, also mit der Familie. Und, äh, zu dem Zeitpunkt wussten wir das aber noch nicht, dass die was gegen uns haben und die haben einfach schon von vor, also im Voraus schon was gegen uns gehabt, dass wir einfache junge Menschen sind, ähm, die irgendwie anscheinend teure Autos fahren und sich ein Haus leisten konnten. Also das war schon denen ihr Problem. Das war schon eigentlich, da haben wir schon bei denen verkackt, bevor wir überhaupt die gesehen haben. Ja, genau. Und bevor wir überhaupt mit denen geredet haben, haben wir es eigentlich für die schon verkackt. Ja. Und dann ging es eigentlich so richtig los, wo wir dann mit denen interagieren mussten, und zwar bei dem Gartenbau. Und, ähm, beim Garten haben alle Jungs halt mitgeholfen. Wir haben das, äh, mit Julis Schwiegervater zusammen, haben wir, äh, den Garten halt neu gestaltet. Und, ähm, Julis Schwiegervater wäre Hans. Nee, Hans kann keinen Garten gestalten. Julis Stiefvater. Stiefvater. Sorry. Auf jeden Fall, äh, kurz, dass ihr euch das vorstellen könnt, ähm, es ist so, dass alle Gärten aneinander angrenzen eigentlich. Ja. Also, äh, quasi, also die Häuser sind zur Straße hinaus und die Gärten sind so das Mittel, also, äh, quasi hinterm Haus und grenzen an den Nachbargärten. Und so kommt man mit den anderen Nachbarn in Kontakt. Genau. Danke für die Erklärung. Bitte schön. Und, genau, und zusammen mit Julis Stiefvater haben wir, äh, den kompletten Garten dann halt neu gemacht und da kamen schon die ersten Probleme. Also, das erste Problem war eigentlich schon, habt ihr eine Genehmigung. Also, das ist so, äh, es ist so. Und da dachten wir schon so, who the fuck cares erstens? Und zweitens, ja, weil so, ich denke mir so, der Garten ist da, wir machen den noch schön. Also, ja. Also, bei sowas denke ich mir so, wozu brauchen wir eine Genehmigung? Aber okay, gut, wir haben aber eine Genehmigung gehabt. Ähm, und dann haben wir, also, es fing ja auch erstmal an mit dem Umbuddeln, wir mussten den Garten begradigen und so weiter. Und dieser Nachbar war, stand jeden Tag auf der Baustelle und hat alles beobachtet. Und alles hinterfragt. Und wir dachten uns so, was kümmert sich, weil der Garten, also wir ändern ja nichts an dem Garten an sich. Also, der Garten ist da. So oder so. So, so, und dann haben wir angefangen, unsere Terrasse zu bauen. Okay. Und dann, ähm, weil wir halt schon etwas mehr Privatsphäre haben wollten, wie eigentlich, glaube ich, jeder Mensch gefühlt, ähm, haben wir dann gesagt, wir wollen, ähm, eine Mauer bauen, ähm, zu den anderen Gärten, sage ich mal, aber es war jetzt keine hohe Mauer und Hecken. Naja, ihr wolltet eine Mauer bauen, die auch ihr, also, die jetzt nicht so hoch ist, aber trotzdem, dass es halt, dass man trotzdem Privatsphäre hat. Also einfach nur so ein bisschen, nur so ein Eck eigentlich ist die Mauer. Genau. Ja. Und, ähm. Nur so ein Stück, das war die Drei-Meter-Mauer. Ja. Was? Also, ne, drei Meter lang. Nicht hoch. So ein eigenes Gefängnis gebaut. So, die ist gar nicht so hoch, die drei Meter hoch. Ja, auf jeden Fall. Ne, also man kann auf jeden Fall noch locker drüber gucken, weil die, die geht bis zum, bis zum Oberschenkel, die Mauer. Also, so muss ich es dir vorstellen. Wenn man auf der Terrasse steht, geht die bis zum Oberschenkel. Ja. Ja. Und, ähm, genau. Und wir haben dann von einem, bei einer Genehmigung ist es nämlich so, dass du vorher auch eine Nachbarschaftsanhörung machen musst. Und wir haben dann bei dem ersten Nachbar gefragt, also der quasi, der Nachbar, der die höchste, also den höchsten Teil von der Mauer abbekommen quasi. Ähm, den haben wir gefragt, ob es ihm was ausmacht. Der war so chillig. Der hat gesagt, ihm ist egal. Also, die Mauer kann auch fünf Meter hoch sein. Ihnen juckt's nicht, weil er ist nie in seinem Garten. Das hat man auch, äh, gemerkt. Ja. Ähm. So sah auch der Garten aus. Und dann, ähm, und dadurch haben wir aber auch schon erfahren, dass er gesagt hat, viel Spaß bei dem anderen Nachbarn zu fragen, weil der ist gerade im Rechtsstreit mit dem, weil er hatte, das ist ja der Witz jetzt an der Sache, der Nachbar, der chillige Nachbar, der hatte eine Riesentanne in ihrem, äh, in seinem Garten stehen, den, der andere Nachbar, mit dem er im Rechtsstreit ist, damals mit seiner Oma eingepflanzt hat. Die Oma hat dann aber diesen Gartenteil an ihn verkauft. Das heißt, mit der Tanne. Die Tanne ist dann in die Höhe geschossen, ist, äh, gewuchert. War dann 50 Meter hoch. Der Mann, der Junge damals, der das eingepflanzt hat, ist älter geworden und, ähm, hat dann das Haus übernommen und hat sich dann über diese Tanne geärgert, weil die Tanne, ähm, nadelt in seine Regenrinne und, äh, er muss halt dadurch die Regenrinne immer sauber machen. Und dann ist er zum Nachbar gegangen und hat gesagt, ob er die Tanne, ähm, wegmachen kann. Der eine Nachbar hat sich aber geweigert, weil er gesagt, wenn du die, die, die Entsorgung bezahlst, dann kannst du die Tanne wegmachen. Aber er selber steckt da kein Geld rein. Kann ich voll nachvollziehen, weil ihn stört's ja nicht. Ja, und somit, äh, ist er dann in Rechtsstreit mit dem anderen Nachbar gekommen. Also so schlimm ist dieser eine Nachbar. Also der Ex, mein Ex-Nachbar. Und, äh, zudem sind wir dann gegangen, ähm, und wollten ihn fragen, ob wir eine Mauer zu seinem Garten, äh, bauen können. Und da war er schon eigentlich, also er hat uns komplett unfreundlich, äh, begrüßt, komplett unfreundlich aufgenommen, ähm, und da war er eigentlich schon so, nee. Und wir kennen aber unsere Rechte, wir dürfen ja, äh, eine bestimmte Höhe dürfte hier. Genau. Und, ähm, er konnte ja eigentlich nichts anderes machen. Wir haben die, die Gesetzeshöhe quasi, äh, eingehalten. Und, ähm, er hat's dann auch bewilligt. Und wir haben das alles schriftlich gemacht, mit, ähm, Unterschrift. Aber als diese Mauer gebaut wurde, hat er sich eigentlich komplett gesträubt. Der war eigentlich schon, der wollte's eigentlich schon gar nicht. Der hat gesagt, nee, nee, er will's doch nicht. Und warum müssen wir denn überhaupt eine Mauer bauen? Wir sollen, äh, wenn wir Privatsphäre wollen, dann sollen wir doch, ähm, in die Innenstadt ziehen, in einen Innenhof. Ich denke mir so, also, weil ich denke mir halt, warum willst du, also dadurch hat er ja auch eine Privatsphäre. Dadurch können wir ja auch nicht in seinen Garten gucken. Also, das ist doch eigentlich Win-Win. Aber er wollte das nicht. Er wollte in euren Garten gucken. Ja. Und so war das auch am Ende. Also, wir immer, wenn wir in unserem Garten gechillt haben, hat er immer geguckt. Wir haben immer die Blicke gespürt. Es waren immer irgendwelche bösen Blicke von denen ihrer Seite, dass man sich so unwohl gefühlt hat. Und, äh, der nächste Streitpunkt war, ähm, quasi, weil die Mauer nicht so hoch war, haben wir gedacht, okay, um ein bisschen Privatsphäre zu schaffen, ähm, machen wir Hacken Pflanzen in Kübel und stellen die dann auf die Mauer drauf. Als Mama und ich angefangen haben, diese Blumen in diese Kübel zu machen und das dann auf die Mauer zu stellen, kam die ganze Familie raus, hat uns angeschrien, was wird das da? Ihr müsst es sofort runter machen, das geht gar nicht, es war nur diese Höhe verabredet und mehr nicht. Und ich dachte mir, also, das ist, ich verstehe sein Problem nicht, so, warum wollt ihr uns unbedingt sehen? Also, guckt doch einfach im Internet, wir können uns jeden Tag angucken. Ich kann ein Foto von euch, für euch machen. Nee, aber es ging ihm, es ging ihm ja darum, dass ihr mit den Pflanzen, ähm, Sonne wegnimmt oder so für seine Pflanzen oder auf seinem Beet oder sowas. Genau, das ist ja der Witz an der Sache. Der hat mal kurz, ihr müsst euch vorstellen, Kat und Leo haben einen 60 Quadratmeter Garten gehabt, ne? So ungefähr. Ja. Er hat einen Hektar. Wirklich, er hat einen riesigen Garten. Also wirklich, es war bestimmt 1000 Quadratmeter Garten. Das war ein riesiger Garten und sein scheiß Beet macht er angrenzend genau an Kat und Leo's Garten. Genau, das ist ja, das ist auch der Witz an der Sache, das ist auch der Witz an der Sache. Die haben in einem Zeitraum, wo wir unseren Garten gebaut haben, haben die ihr scheiß Beet angepflanzt. Und man denkt sich so, mach das Beet doch woanders hin, wenn es dich doch eh stört, deine Nachbar. Aber man braucht, glaube ich, einen Grund, um zu sagen, hey. Ihr nehmt uns die Sonne weg. Genau. Die hätten in jeder Ecke ein Beet hinmachen können. War auch schon ganz komisch. Vor allem, er hat kein Recht auf die Sonne. Ja. Sorry. Ja, eigentlich schon. Es ist so. Du kannst nicht sagen, du darfst das und das nicht bauen oder du darfst die Pflanze nicht dahin machen, weil du die Sonne wegnimmst. Sorry. Es ist nämlich auch so, für Leute, die jetzt zum Beispiel ein Haus bauen und das Grundstück davor war zum Beispiel jetzt die ganze Zeit frei, ihr habt eine freie Sicht, eine schöne Aussicht. Und dieses Grundstück wird bebaut. Dann kannst du nicht sagen, hey. Ihr nehmt mir die Aussicht weg, ihr dürft nicht bauen. Genau. Du hast nämlich kein Recht auf Aussicht. Das ist gar kein Recht. Kein Recht. Ja, es ist leider so. Es ist ärgerlich. Ja. Voll viele. Also wir kennen auch einen aus unserem Freundeskreis, die Eltern. Bei denen war das auch so. Die hatten zuerst eine richtig schöne Aussicht und dann hat der vor denen quasi die Sicht zugebaut. Ja. Ärgerlich. Du kannst da nichts machen. Nee. Eigentlich schon krass, ne? Weil das tut den Wert von deinem Haus mindern eigentlich. Ja. Aber du hast kein Recht auf Aussicht. Nee. Aber, weißt du, das tut so, als hätten wir die komplette Sonne mit unserer 1,50 hohen Mauer weggenommen. Ja, echt so. Aber diese Sonne wirklich, wir hatten kaum Sonne auf unserem Garten. Wir können sagen, die Sonne wandert. Also erst mal das. Und zweitens, wir hatten wirklich kaum Sonne in unserem Garten. Und die hatten einen kompletten Garten voller Sonne. Also, ja. Die hatten eh voll den krassen Garten. Die hatten voll den krassen Garten. Echt einen traumhaften Garten. Und dann hatte er sogar noch die Audacity, einen Bauarbeiter, also Julis Stiefvater, Bauarbeiter, zu fragen, ob er noch geschwind auf sein Grundstück rübergehen kann. Mit seinem Bagger. Mit seinem Bagger. Weil er wollte nämlich einen Teich baggern lassen. Also er wollte eh einen Teich anlegen. Und das Loch kann ja dann schön der baggern, wenn der ja schon mal da ist, für 60 Euro. Und dann dachte ich mir auch so, ja, schön unsere Mitarbeiter abwerben. Also, weißt du, es ist schön auch ausnutzen, aber die ganze Zeit uns hier anmeckern. Diesen Teich war auch irgendwie nur so ein komischer Vorwand, weil der hat sich da ein Loch, da hatte er einfach ein Loch in seinem Garten, aber hat diesen Teich nie gemacht. Also es war eh schon random. Dann, wo es richtig, genau, wo es richtig eskaliert ist, war dann, als wir mit Heckenpflanzen ankamen und wir schon die ersten reingesetzt haben, kam der wieder. Mit einem Meterstab. Mit einem Meterstab. Das ist so richtig alman. Das ist richtig alman. Weil, schon vor allem, wenn dieser auf dem Meterstab noch deine Arme draufsteht. Ja, genau. Man denkt sich so, also, dass man sich beschwert über Sachen, okay, dass man das Rechtliche bei dem Bau hinterfragt, okay. Aber dass man mit einem Meterstab kommt, um nochmal zu kontrollieren, ob man wirklich die rechtlichen Sachen einhält, das ist krass. Also, da habe ich mir gedacht, das habe ich noch nie erlebt. Und bei ihm war das, ja, erzähl du weiter. Vor allem bei Heckenpflanzen. Also, bei einer Hecke ist es so, da gibt es nämlich auch bestimmte, also, da gibt es ein paar Bestimmungen. Und zwar, deswegen war auch ihm eine Mauer eher lieber als die Hecke. Ja, bei einer Hecke ist es auch so, dass, also, am Anfang muss es so eine Mindestmaß haben und ab fünf Jahren verjährt es. Und da kann die Hecke wachsen, so hoch sie will. Und das war für ihn so ein Punkt, wo er gedacht hat, so scheiße. Und deswegen hat er sich so, also, wir mussten wirklich mit ihm kämpfen, dass wir diese Hecke reinpflanzen können. Und wir brauchten ja eine bestimmte Höhe an Hecke, dass wir, also, dass eine Hecke überhaupt für uns Sinn macht, dass wir halt ein bisschen Privatsphäre haben in unserem Garten, wo wir eh schon keine Privatsphäre hatten, weil wir mussten ja schon uns an bestimmte Regeln halten. Und es ist nämlich auch so, dass wenn man, also, zum Beispiel eine Hecke, du hättest so hoch machen können, wie du möchtest, wenn es 1,50 Meter in dein Grundstück reingeht. Ab dem Zeitpunkt ist es egal, aber weil ihr jetzt nicht so viel Platz hattet, musstet ihr so nah wie möglich am Grundstücksrand eigentlich pflanzen. Und da musste man sich mit dem Nachbar einigen, weil, das verstehe ich ja auch, aber da weiß ich noch, da habt ihr euch versucht, mit ihm zu einigen, auf 50 Zentimeter vom Grundstücksrand rein. Und dafür, dass die Hecke, jetzt kommt es 1,80. Ja. Das ist nicht mal, die Hecke ist kleiner als Leo. Ja. Wir mussten mit ihm kämpfen, dass die Hecke 1,80 hoch sein darf. Ja. Das ist so traurig. Ja, vor allem, nee, was ich auch sagen wollte, ihr habt gesagt, ihr wolltet euch auf 50 Zentimeter einigen und er meinte, 60. Ja. Und ich denke mir so, die 10 Zentimeter, die machen es bestimmt aus, wegen seinem Scheißbeet. Irgendwann lese ich so. Also ich finde, also dieser Nachbar erfüllt so jedes Klischee, also von einem schlimmsten Nachbarn, den man haben kann. Und das Ding, also ihr müsst euch aber vorstellen, wir wollten es aber mit dem aber nicht verkacken. Das war ja das Ding. Genau, also ihr war trotzdem voll nett und höflich. Genau, in diesem ganzen Zeit, er hat uns angeschrien, wir waren trotzdem höflich und haben uns oft entschuldigt und haben gesagt, okay, wir müssen da jetzt eine Lösung finden, können wir da vielleicht einen Kompromiss auf uns, auf einen Kompromiss einigen, dass wir halt eine Hecke pflanzen können, weil jetzt haben wir die Heckenpflanzen da. Und wir haben ja, laut Recht, haben wir ja, wir haben ja recht, rechtlich, bestimmte Vorgaben. Vorgaben, also da kann er nichts sagen. Ja. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass er gesagt hat, ja nur auf 1,80, aber sobald die höher ist, sollen wir die runterschneiden. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es dann die nächsten Jahre war. Der Meterstab war wieder im Einsatz. Also, das war die größte Angst, ja. Das war unsere größte Angst in diesen drei Jahren, dass wir, dass die Hecke nicht über 1,80 hoch wächst, weil sonst kriegen wir Ärger. So, und dann haben wir gedacht, okay, in unserem Garten, unser Garten war so schön, als er am Ende fertig war. Wir haben dann einen Teil ausgespart, weil wir dann gesagt haben, in der Planung schon, dass wir gerne halt eine Außensauna haben wollen. Dann haben wir die Außensauna gebaut und da wurde natürlich alles beobachtet. Ist das hier alles rechtlich? Genau. Okay. Genau. Und da hat er dann, das hat mich aber gewundert, dass er da noch nichts gesagt hat. Aber spätestens beim Whirlpool, als der Whirlpool ankam, da war es dann vorbei. Da war es dann so, ja, und das ist in der Sauna, ist das überhaupt rechtlich? Und dann haben wir gesagt, da wussten wir schon, was wir sagen, haben wir gesagt, ja, wir haben darauf geachtet, dass Lichtquellen wegzeigen von ihrem Grundstück und so weiter und so fort. Also, da gab es auch bestimmte Regelungen. Vorgaben, ja. Vorgaben. Und dann hat er gesagt, und der Whirlpool, der um 22 Uhr macht ja Geräusche, davon wache ich auf. Und ich dachte mir so, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Und außerdem, bis 22 Uhr ist eh aber Nachtruhe. Also, ja, bis 22 Uhr darf er noch leer machen. Und nach 22 Uhr nicht mehr. Ja, vor allem, das ist so, das ist so, das ist halt richtig Kurtenkackerei. Nee, aber, also, der war nicht laut. Also, sorry, also, der hätte, weil, ich denke mir, man so zeigt mir ein Video, noch eine Aufnahme davon. Ja. Der hat gar keine Beweise. Der hat gar keine Beweise gehabt. Der wollte einfach nur irgendwas sagen. Ja, und das hat sich dann auch so weit gezogen, dass wir, wir wurden dann halt ständig beobachtet. Und in dieser Zeit, wo wir dort gewohnt haben, war ja eigentlich komplett, wir haben ja komplett in der Pandemiezeit darin gewohnt. Also, könnt ihr euch vorstellen, wie es dann war, wenn mal mehr als fünf Leute so Besuch waren? Ja, weil, wir haben uns nicht daran gehalten. Natürlich nicht, weil, ganz ehrlich, also, also, ehrlich, was war das eigentlich für eine dumme Regelung? Dumme Regelung, sorry. Dumme Regelung und Ausgangssperre. Also, ich finde immer noch, eigentlich, das war komplett unnötig und ich fand es eigentlich schon krass, was mit uns da gemacht wurde. Aber okay, das ist noch eine andere Story. Ja, egal. So was haben wir halt alles Geschichte. Ja, alles. Wir haben uns auf jeden Fall nicht richtig dran gehalten. Ja, aber ich glaube, in mir spricht aber auch noch mal eine andere Wut, weil es war zu dem Zeitraum, also, es war mir jetzt egal, auch mit der kompletten Pandemie jetzt. Also, ich habe mich ja an die Regeln gehalten und so weiter. Also, teilweise. Aber das war einfach nur so eine intensive Zeit mit diesem Nachbar, weil man hat sich halt so komplett unwohl gefühlt und gefühlt, alles, was man gemacht hat, war falsch. Und es sind noch mehr Sachen passiert, wie zum Beispiel mit Social Media. Oh ja. Oh mein Gott, das fand ich noch schlimmer. Das fand ich auch noch schlimmer. Genau, weil es war ja diese ... Also, guck mal, müsst ihr euch vorstellen, Kat und Leo haben ja eigentlich ihren Garten so gemacht, dass sie Privatsphäre haben. Und zwar unter anderem auch aus dem Punkt, weil wir in diesem Garten Storys machen und filmen und Bilder machen wollen und so weiter und so fort. Und so wenig wie möglich für Nachbarn, also auch um die Privatsphäre des Nachbarns zu schützen. Ähm, deswegen will man ja diese Blick ... Deswegen wollte man ja auch, dass es blickdicht ist und dass man Privatsphäre hat. Also, aus beiden Privatsphären zu respektieren. War das gerade richtig? Egal. Auf jeden Fall, ähm, genau, hatte Kat dann eine Situation, wo sie für einen Kunden ein Bild gemacht hat. Ja. Schlimm. Also, das hat denen aber schon die ganze Zeit gestört, dass man überhaupt ihren Garten im Hintergrund sieht. Also, auf unseren Storys oder sonst was. Das hat dich schon die ganze Zeit gestört. Da haben sie sich schon immer beschwert. Aber es kam dann, genau, aber es kam ... Also, es ist dann erst krass geworden, fand ich, als du diese Kooperation hattest mit einem Kunde. Und Kat musste halt ein Bild machen in der Gartenatmosphäre. Ich habe ja draußen in unserem wunderschönen Garten, was wir natürlich neu, was wir der Welt zeigen wollten, habe ich da ein richtig schönes Urlaubsbild gemacht. Und im Hintergrund hat man seine Dachziegel gesehen. Seine Dachziegel, ja. Seine Dachziegel hat man gesehen, also ein Stück von seinem Haus. Und dann hatte dieser Mann die Audacity ... Also, das fand ich krass, jetzt kommt. ... eine E-Mail an meinen Kunden zu schreiben, dass ich, dass die, dass sie mir sagen, dass ich das Bild runternehmen soll, wenn man seine Dachziegel sieht. Und die dann ihren Anwalt einschalten mussten. Er hat aber auch mit einem Anwalt gedroht. Genau, er hat auch mit einem Anwalt gedroht. Wenn das Bild nicht runtergenommen wird. Ja, und die mussten ihren Anwalt einschalten, um zu prüfen, ob er damit überhaupt ein Recht hat. Weil ich meine, Dachziegel, Leute, Dachziegel. Auf Google Earth kann ich eine Adresse eingeben, ich sehe 10.000 Dachziegel. Also, und natürlich hat er kein Recht gehabt. Und die haben ihm dann halt so ein Schreiben geschickt und mir dann gleichzeitig eine E-Mail geschickt, von wegen, du armes Kind, du hast einen richtig schlimmen Nachbarn. Ja, und wie unangenehm ist das bitte, wie unangenehm ist es für dich, wie unangenehm für dich, dass dein Kunde eigentlich dir sagt, schau mal, dein Nachbar hat uns das geschrieben. Genau, und ich war, also ich fand es einfach nur unangenehm und peinlich. Ja, für ihn. Für ihn und für mich irgendwie auch, weil ich mir gedacht habe so, also klar, ja, es hat an sich ja gar nichts mit mir zu tun so, aber ich fand es irgendwie trotzdem peinlich. Ich wollte gerade sagen, also der Nachbar, der hat uns auch richtig krass gestalkt auf Social Media. Also der hat alles, jedes Video gesehen, alles mitverfolgen, jede Story. Ja, weil der Witz war auch an der Sache, zu der Pandemiezeit war ja auch das krass mit Oliver Pocher, wo er so richtig krass gegen Influencer gestachelt hat. Und da habe ich eine anonyme Story gemacht, also ohne einen Namen zu nennen, habe ich einfach so gesagt, ja, ich finde es so schade, dass man halt so neidisch ist und so missgünstig und dass man halt andere Leute schlecht macht und so weiter und so fort. Dann saß ich in meinem Garten und der Nachbar kam auf mich zu und hat gemeint, was das sein, also was das soll, dass ich auf Social Media und im Internet schlecht über ihn rede. Und ich dachte mir so, was meinen Sie? Ja, deine Story von letztens. Damit waren wir gemeint. Und ich dachte mir so, nee. Aber schön, dass du dich angesprochen fühlst. Aber interessant, dass du dich angesprochen gefühlt hast mit dieser Aussage, weil eigentlich habe ich damit Oliver Pocher gemeint. Ich so, bist du Oliver Pocher? Ich glaube nicht. Und, ähm. Das war natürlich nicht ihr Oliver Pocher gemeint. Oliver Pocher denkt sich so, aha. Ja, genau. Aber nee, es war, also es war tatsächlich, es waren damit nicht Oliver Pocher gemeint, es war tatsächlich dieser Nachbar. Aber ich fand es aber interessant, dass er selber das Gleiche gedacht hat und gedacht hat, ich bin damit gemeint. Also die Person, die ich damit ansprechen wollte, hat sich angesprochen gefühlt. Und hat es erreicht. Also, weißt du, ich denke mir auch so krass, wir haben dann auch so vom Hintergrund mitbekommen, die haben ja alles von uns gestalkt. Also wirklich auch jedes YouTube-Video und so. Also die wussten über uns richtig krass Bescheid. Und wir haben dann nur so im Hintergrund mitgekriegt, dass die sich auch so geärgert haben, weil, ähm, also die, unsere Verbindungsperson, wo wir das dann mitbekommen haben, die hat zu dem Nachbarn gesagt, also zum Ex-Nachbarn gesagt, ähm, ja, gell, du weißt schon, wenn du das Ganze da auch guckst, die verdienen ihr Geld damit. So, klick. Und dann haben die sich darüber geärgert, dass die uns so, dass die uns sogar noch so Geld bringen. Genau. Und ich sag mir so, nee, die war's denn, sorry. Nee, sorry. Ja, genau, also das, dass die, die denken wahrscheinlich noch, wegen mir könnt ihr euch überhaupt den Garten leichten. Und man denkt, wegen mir könnt ihr euch das Auto leichten. Und ich denke mir so, nee, du, du mir nicht. Nee, du nicht. Ähm, aber, ja. Ja, aber, also dafür, also da kriegt ihr mal ein Gespür davon, was das für Horror drei Jahre waren. Also wirklich, also ich fand's echt so schlimm, dass wir ja dann am Ende ja gesagt haben, okay, nee, wir müssen das Haus verkaufen. Überleg mal, wie krass das ist eigentlich. Du verkaufst dein Haus wegen dem Nachbarn. Also er hat gewonnen eigentlich. Ja, genau, er hat gewonnen, aber das, ganz ehrlich, ich dachte mir in dem, also ich dachte mir dann so, soll er doch einfach gewinnen, weil wir haben auch Gewinn gemacht. Ja. Wir haben das Haus verkauft. Ja. Und, ähm, und ja, ich dachte mir halt, es ist einfach für meinen eigenen Seelenfrieden, weil ich hätte da jetzt auch weiter drin leben können. Ich hätte auch frech sein können und, ähm, ihm das Leben, ähm, schwer machen, aber so bin ich halt nicht. Und ich hatte sogar Mitleid mit dem, weil manchmal hat er uns schon private Sachen erzählt, keine Ahnung, dass er uns das manchmal erzählt hat. und dass er auch private Probleme hatte. Aber ich dachte mir in dem Moment, weißt du, und dann verhältst du dich so, wie unmenschlich bist du dann so. Ja, genau. Das ist so komisch. Aber ich hatte teilweise auch Mitleid, weil es war schon schlimme Dinge, die er so, ähm, erzählt hat. Aber, aber generell, ich finde, man kann generell Mitleid mit Leuten haben, die sich wegen sowas aufregen, weil man denkt sich, hast du keine anderen Hobbys. Hast du keine, also wirklich so, ist es für dich wirklich so schlimm? Also bist du so unglücklich mit dir selber? Genau, ich glaube auch. Dass du, dass du anderen Leuten das Leben schwer machen musst. Ja. Also es ist echt krass. Und, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass er sogar unseren Podcast hört. Hallo. Ja. Hallo an dieser Stelle. Hallo, extra. Vor allem, ich tue es als erst noch meiner gewesen, aber ich habe es halt alles mitgekriegt. Ja, und deswegen, es war auch immer voll der, also es war immer der Grund, dass wir, weil ich habe am Anfang auch Nachrichten bekommen, äh, damals, ja, jetzt haben wir so einen schönen Garten, aber jetzt chillt nie bei euch, sondern ihr geht immer zu Anna. Aber, ja, weil es war immer nur unangenehm, dort zu chillen. Es war einfach unangenehm und es ist so traurig. Ja, Story of my life. Also, seid ein guter Nachbar. Und, ähm, das war übrigens bei dem, bei unserem neuen Haus jetzt, das war die erste Frage, die mir den Vorbesitzern gestellt haben, wie sind die Nachbarn so? Und, die meinten schon, sie sind alle voll korrekt, alle voll nett und ich dachte schon, also da dachte ich schon so, okay, gut. Und vorher hat mich, hat mich das einfach, also vorher hätte ich das nie gefragt. Vorher war mir das so egal gewesen, aber, ja. nach dieser Erfahrung, es ist schon wichtig, dass man sich mit seinem Nachbar gut versteht. Ja. Es ist wichtig, Leute. Ja. Ich finde es so krass, weil als auch Kath und Leo ihr Haus verkauft haben, da habt ihr sogar noch überlegt, ihr setzt, ihr setzt denen auch einen schlimmen Nachbarn rein. Also man, also ihr habt sogar so krass drüber nachgedacht, wie könnten wir es ihm heimzahlen und, ähm, schon extra irgendwie einen schlechten Nachbarn rein. Aber dann dachten wir so, nein. Nee. Scheiß drauf. So sind wir nicht. Und ich glaube, mit denen, wo ihr es verkauft habt, mit denen verstehen sie sich, glaube ich, gut. Ja, ich glaube auch, weil das sind genau die, die sie erwartet hätten, die da in dieses Haus eingezogen sind. Ja, obwohl, weiß nicht, ihr habt jetzt schon alles fertig gemacht, weißt du, also die, also genau, die haben gar keinen Grund mehr, irgendwie sauer auf dich zu sein. die haben sich schon direkt zum Kaffee eingeladen, also, ich glaube, das ist das Ding, ne, also, so sind wir halt nicht. Ja. Es gibt so ein Ding, also, und, ich weiß nicht, ich glaube, da spalten sich jetzt die Meinungen. wenn ihr in eine neue Wohnung einzieht oder ein Haus oder zur Miete, keine Ahnung was, macht ihr dann extra so eine Nachbarschaftsparty und ladet ihr dann eure Nachbarn ein? Und damit man sich kennenlernt oder zieht ihr einfach ein und das war's? Weil wir sind so, wir ziehen einfach ein und das war's und, ja, aber man muss auch sagen, wir kommen halt aus der Stadt. Wir kommen aus der Stadt, da macht man das nicht. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. In der Stadt machen wir das nicht. unterwegs, gell? Genau, weil so, ganz ehrlich, also es gibt ja voll viele, die wechseln ihre Wohnungen jedes Jahr, dass du ja jedes Mal die Nachbarn kennenlernst und so. Genau. Und in, macht man nicht. Und in dem ersten Dorf, wo wir jetzt gewohnt haben, in dem ersten Haus, da war es aber interessant, da haben wir das erste Mal die Erfahrung gemacht, dass Nachbarn zu uns gekommen sind und uns so Brot und Salz und so gegeben hat. Da dachte ich so, ah, okay, das macht man so. Ich dachte aber, das macht man so bei Leuten, die man so kennt und nicht einfach halt random Nachbarn. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber vielleicht ist es auch so ein Anzeichen, so, wenn die den Schritt auf euch zu machen, so nach dem Motto, seid gute Nachbarn, das ist so wie so ein Handyschritt und so. Ja, genau, so. Wir verstehen uns so. Ja. Mit dem Brot und Salz, weißt du so. Ich glaube auch. Und ich glaube, wir sprechen also so, so nach dem Motto, es soll harmonieren halt einfach. Ja. Es soll eine gute Nachbarschaft sein. Aber ich glaube, und ich glaube die, also unsere Ex-Nachbarn haben sich sowas auch irgendwie erwartet. Also, dass wir halt so eine Nachbarschaftsparty machen. Ich schwöre, ich habe das bei mir auch nicht gemacht. Ich habe das, wir haben das bei unserem neuen Haus auch nicht gemacht und da waren die Nachbarn, also die Nachbarn waren bisher alle mega nett, haben uns richtig offen empfangen. Noch. Spaß. Also wir fährten alle gut. Und die waren auch, haben uns alle Brot und Salz gegeben und also es war, also mega nett, wurden echt sehr offen angenommen. Und ja, mal schauen, was wird. Ja. Also ich, zu meinem Teil, also ich habe bisher, also ich habe eigentlich ganz gute Nachbarn. Durchschirrige Nachbarn. Ich habe bisher gar keine Probleme mit meinen Nachbarn gehabt. Ja. Bis auf vielleicht einem, aber das ist jetzt auch wirklich so voll wenig, also voll unnötig. Und zwar, ich habe einen Nachbarn, da steht das Haus, glaube ich, einfach leer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lässt er seine Hecke auch bei mir rüberwacken. Du kamst schon mit dem Meter schlaf. Und das Einzige, was mich stört, ist diese ganzen Mäuse und Blindschleichen, die von meinen Katzen halt rübergewacht werden, kommen von diesem Garten. Er hat keine Hecke. Er hat einen wilden Garten. Also es ist einfach Unkraut, das bei ihm die drei Meter Höhe gewachsen ist. Also es ist einfach lauter, es ist kein Garten, sondern einfach nur random irgendwas gewachsen. Ja. Ja. Also, lieber Nachbarn, wir haben ihm sogar schon geschrieben, SMS. Eine SMS? Schreibt man doch eine SMS? Ja, gell? Schreibt man doch eine SMS? Also ich glaube, ich habe vor kurzem im Radio, oder ich weiß gar nicht, wo das gesagt wurde, die, dass irgendwie die Anzahl an SMS, die letztes Jahr verschickt worden ist, so krass drastisch gesunken ist, also im Vergleich zu den WhatsApp jetzt zum Beispiel. Aber ja, kann ich mir vorstellen, wer schreibt noch SMS? Also die einzigen SMS, die ich bekomme, sind immer von Mailbox. Genau, so Mailbox-Informationen oder Paypal. Ja, genau. So. SMS-Tan. Ja. Ansonsten, ich schreibe auch mit niemandem, Janik macht das immer regelmäßig, der schreibt mit seinen Freunden per SMS. Messenger ist doch nicht SMS. iMessage meine ich, iMessage, nicht Messenger. iMessage ist das WhatsApp von Apple, oder nicht? Das ist auch über WLAN, über Internet. Nein, iMessage ist SMS, Anna. Nein. Wo ist denn SMS? Gibt es eine App, die heißt SMS? Nee, aber, wenn man eine SMS verschickt, dann wird sie grün und iMessage ist blau. Oder? Soll ich jetzt falsche News verbreiten? Ich bin verwehrt. Boah, muss ich jetzt wieder googeln? Ich bin verwehrt. Egal, scheiß drauf, ist auch unnötig. Auf jeden Fall habe ich dem nochmal eine SMS geschickt. Ich glaube, diese SMS hat Ihnen die erreicht, weil ich habe Ihnen eine Antwort bekommen oder er hat es einfach ignoriert. Auf jeden Fall, falls der Nachbar zuhört, der hört eh nicht zu. Aber, ähm, deine Hecke stört mich. Aber, Anzeige geht raus. Anwaltschreiben ist schon per Eintreiben eingeschickt worden. Ah ja, Anwaltschreiben, ne? Aber egal. Nee, wir reden nicht mehr über diesen Nachbarn, also den Ex-Nachbarn. Das ist auf jeden Fall noch, wo viele Sachen passiert. Ja, genau. Auch mit anderen Nachbarn, die wir gehört haben. Habt ihr auch so schlimme Nachbarn? Dann schreibt es uns gerne mal. Lass uns mal gerne über schlimme Nachbarn reden. Und, ähm, Das Ding ist, mit Nachbarn. Wie fandet ihr diese Folge? Scheiße. Nee, das Ding ist, finde ich, mit Nachbarn, ich finde halt, man muss sich halt einfach verstehen, also, wenn jetzt zum Beispiel der Nachbar euch nett gesagt hätte, hey, eure Hecke macht bei mir Dreck oder so, könnt ihr vielleicht darauf achten, so ein bisschen. und ihr sagt, ja, also, man kann das ja auch, man kann das ja vollfriedvoll lösen. Ja, genau. Man muss ja nicht irgendwie so ein, so ein, wir sind ja keine Unmenschen so, wir, also, ja, also, ich finde auch, es hat oft mit dem richtigen Ton zu tun. Also, bei mir ist es auch oft so, wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann, ähm, dann, bin ich trotzdem auch höflich dabei und, ähm, sagt dann, hey, tut mir leid, ähm, sorry für die Störung. Ja. Aber, ähm, ja, die Hecke, die wächst gerade bei uns. Aber deswegen ist, ich glaube, deswegen nimmt dich keiner ernst, Anna, deswegen nimmt dich auch dein Nachbar nicht ernst. Weil ich schreibe SMS. Deswegen denkt sich der Nachbar ja gut, also so wichtig. aber treff den mal an, der ist ja nie da. Und wenn es, wäre gut, aber wenn er dann da ist, bist du dann so, hallo. Nee, das haben wir, nee, oder nee, glaube ich, redet. Aber ich treff die, nee, ich bin halt auch nie im Garten. Nee, du bist dann so, Juli, sag du was. Ja, sorry, allmands bisschen das unter sich klären. also, also ehrlich gesagt, stört es mich auch nicht so richtig, sondern eigentlich Juli. Ja. Also ich bin ja nie da, also da, wo es die Hecke ist, deswegen juckt es mich jetzt eigentlich nicht so krass. Das Einzige ist halt die ganzen Tiere, die zu mir rüberkommen. Ja, dafür hast du ja Katzen. Ja. Bevor die, bevor die reinkommen, töten die die. Ja, aber das ist so die armen Tiere und Blindschleichen. Also diese ganzen Mäuse und Blindschleichen und Vögel und keine Ahnung. Ja, das ist halt die Natur. Das ist Symbiose. Ja, aber es ist auch irgendwie, ähm, auch so unnötig, weil die essen es nicht mal. Ich denke mir so, isst es doch wenigstens, dann spreche ich mir Katzenfutter. Das sind halt die natürlichen Feinde, weißt du? Also gut, egal. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Das war's. Abschließend, ja, abschließend wollten wir noch sagen, ähm, we love you. We love to entertain you. Nee, ähm, hast du ein Lied vorbereitet, Anna? Nein. Natürlich nicht, aber… Warum ist das, wir sind schon bei unserer 13. Folge, krass, oder? Krass. Weiß andere Leute 500 Folgen und wir so, wir sind schon 13 Folgen, haben wir schon geschafft. bei der 15. Folge machen wir ein Special. Okay, jetzt hast du es angekündigt. nein. Ähm, also. I'm going to do, oh, was? Wir haben vorhin, warte, was war das? Beyonce. Das ist gerade meine TikTok-Page. Wir haben, ähm, vorhin über Ariel geredet. Ah, okay. Ja. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm a girl, a girl who has everything? No. Was? Wie geht's halt überhaupt? Ähm, look at this trove, treasures untold, so many mountains and mountains and mountains and mountains I'm a girl, a girl who has everything. Sure. She has everything. I got, also, wie muss ich das machen? Textgoogle, ey. I got, ähm, gadgets and gizmos are plenty. I got woodsets and wadsets galore. Do you want Thingamabobs? I have 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see, wanna see them dancing, rocking around those, how do you call them? Feet. Feet. Oh, feet. Footh. Flipping your fins, you don't get to fun. Oh Gott, in der deutschen Version hab ich drauf gewartet, wenn sie, sie sagt, Fuß, aber sie hat nicht Fuß gesagt. Füße? Nein. Was hat sie gesagt? Nee. Ich hab gleich drauf geachtet. Sie hat gesagt, boah, was hat sie nochmal gesagt? Oh, ich hab's vergessen. Aber sie hat nicht gesagt, Fuß, Füße, sondern sie hat irgendwas anderes gesagt, auf jeden Fall. Wie geht's weiter? Part of that world. Ich find das Lied so schön. Was ich auch voll schön finde, ist das von Pocahontas. Ja, Colors of the Wind, find ich auch. Ich hab in meiner Schwangerschaft, das Teil, keine Ahnung, voll random jetzt, aber in meiner Schwangerschaft hab ich voll oft Karaoke by myself gemacht. Okay. Und ich hab voll oft dieses Lied gesungen und ich wurde da immer so emotional. bei diesem Lied Colors of the Wind singen wir dann das nächste Mal. Jetzt haben wir ein Lied für nächstes Mal. Oh, ich muss erst mal üben. Okay. Ja, das war's dann für heute und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bye. Bye, bye.